Der Präsident der Mainfränkischen IHK, Otto Kirchner, ist hautnah von dem Thema Unternehmensnachfolge betroffen. Er ist die dritte Generation im Familienbetrieb Fränkische Rohrwerke in Königsberg. Zurzeit ist er der geschäftsführende Gesellschafter, doch die vierte Generation steigt schon ins Unternehmen ein. Zu Beginn des Unternehmensnachfolgekongresses berichtete er anhand der eigenen Unternehmensgeschichte über seine Erfahrungen. Nach den Ergebnissen des Nachfolgereports Mainfranken planen rund 90 Prozent der befragten Unternehmer nach dem eigenen Ausscheiden aus dem Alltagsgeschäft eine Betriebsfortführung. Das heißt, die meisten Betriebe werden dann weitergeführt und da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. An eigene Nachkommen, an andere Familienmitglieder, falls keine vorhanden sind, an die Belegschaft oder an das Management. Oder wenn sich das alles nicht als möglich erweist, kann man auch über eine Einbringung in eine Stiftung reden. Oder man kann das Ganze auch zu einem Verkauf führen, was meistens der letzte Aspekt ist. Denn die meisten Unternehmer möchten eigentlich ihr Unternehmen als Familienunternehmen erhalten. Sinnvoll strukturierte Arbeitsprozesse und klare Verantwortlichkeiten erleichtern die Betriebsübergabe ebenso wie das rechtzeitige Zurückziehen des Seniorchefs. Man solle den Nachfolger nicht zu lange die Nummer zwei sein lassen, so Kirchner. Man solle den Nachfolger nicht zu Eresh pronouns. Man solle den Nachfolger nicht zu jeden.